Heute, wie wirkt eigentlich ein Ecstasy? MDMA, wenn man ein reines MDMA erwischt, also wenn man eine Pille kriegt, die das drin hat und nicht zu überdosiert ist, dann kann das eine richtig geile Erfahrung sein. Die ersten 20 Minuten, also erstmal musst du dafür sorgen, dass du ein passendes Set und Setting hast. Ich würde es beim ersten Mal nicht in einem Club nehmen oder auf einem Konzert oder irgendwo auf einer Party oder sonst irgendwas, sondern nur mit Leuten, die ich kenne, mit denen allein zu Hause, in einem sicheren Rahmen. Und man ganz sicher, wenn man nicht gesteuert wird, angenehme Musik, sowas sollte man immer machen, wenn man irgendwas ausprobiert. Erst einmal das Setting passend machen und was auch wichtig ist, Essen. Ihr müsst euch vorher gut was essen, trinken, sodass ihr euch schön satt seid, damit das, wenn irgendein Wirkstoff bei euch eine Wirkung macht, dass ihr dann nicht auf die Idee kommt, jetzt muss ich was essen und das ist dann nicht lecker. Oder sonst irgendwie, das ist halt, ja die Erfahrung ist nicht so schön, wenn der Körper nicht ausreichend Energie hat. Deswegen immer so. Also, wenn du so eine halbe Pille nimmst, hast du halt am Anfang die erste Viertelstunde, 20 Minuten, wo der Wirkungseintritt ist, da kommt es dann noch eine Dreiviertelstunde ungefähr, wird es einem schlecht. Ja, der ist dann wirklich schwummerig und man könnte kotzen am liebsten, aber das fällt nicht lang an. Ich würde mal sagen, so 10 Minuten ungefähr, Viertelstunde höchstens, je nachdem, wie man sich selber halt dann hängen lässt. Weil man nämlich damit geht gleich, dann kommt auch ein Euphorie-Schub, der echt krass ist. Das kommt immer so in Wellen, die Wirkung flutet an, dann lässt es nach, dann kommt es wieder, dann lässt es nach, dann kommt es wieder. Und die Anflutungen sind halt jedes Mal so mit hammerartigen Glücksgefühlen. Man könnte die Welt umarmen. Jeden, den man sieht und der dabei ist, mag man total gern. Man fängt an, die intimsten Geheimnisse zu erzählen, weil man halt, ja, man hat halt keine Geheimnisse voreinander. Und auch Dinge, die man eigentlich jemandem gerne mal schon lange mal sagen wollte, negative Sachen. Weil man genau weiß, der ist aber jetzt nicht böse, man kann das jetzt sagen, das ist ja nicht schlimm. Und für den anderen, der es gesagt bekommt, der ist auch total froh, dass er sowas endlich mal gesagt bekommt. Und ja, das ist eine richtig schöne Erfahrung beim ersten Mal. Und das ist halt auch der Grund, wieso man es wieder macht. Weil diese schöne Erfahrung möchte man halt gerne wieder haben. Und es gibt die unterschiedlichsten, ich sage jetzt mal Trips dazu, weil auch ein MDMA ist ein Trip, eine Reise. Das kann schon so weit gehen, dass du auch Halluzinationen ganz leichte hast. Und die Gedanken vielleicht auch nicht unbedingt nur ums Umarmen gehen, sondern ein bisschen tiefer rutschen. Und dann ist man auch leicht erregbar. Die Gedanken drehen sich auch nur darum und man hat dann Bock zu streicheln und noch mehr. Das ist leider Gang und Kiebe bei vielen. Das ist auch nur deswegen. Es gibt aber auch Energie. Und da sind wir schon beim Nächsten. Wenn du ans Tanzen denkst und dich da drauf konzentrierst, hast du auch richtig Bock zu tanzen. Und da man so viel Energie hat, kann man halt auch mal schnell eine ganze Nacht durchtanzen. Das ist der Grund, warum das Ecstasy und MDMA in der Techno-Szene so verbreitet war. Oder ist. Wenn es noch eine gibt, dann ist es noch so. Also, das ist einfach das Passende. Und aufgrund dessen hat es auch ganz viele Leute, die MDMA und Ecstasy nur mit Tanzen verbinden, weil sie gar nicht wissen, dass man das auch anders steuern kann, wenn man es nicht auf einer Party nimmt. Leider sind die Pillen immer stärker geworden. Also früher haben sie sich erst einmal aufgestreckt mit jedem Scheiß mal wieder. Da wird es immer schwächer. Und jetzt werden sie immer stärker, was man so liest und hört. Und ich würde empfehlen, auf jeden Fall, wie ich es am Anfang beschrieben habe, zu Hause mit ein paar Leuten, die man kennt, mit einer guten Musik. Und höchstens eine halbe. Oder, ja, eine halbe. Oder noch besser, ein Viertel, denn dann nochmal ein Viertel nachlegen, wenn es eingefahren ist, weil man halt dann vielleicht das weiß, wie stark die Wirkung ist und das dann besser einschätzen kann. Peace out. Ach so. Und auf gar keinen Fall unter 21. Peace out. Bye bye. Boom. ó